Herzlich Willkommen in Bregels. Bregels oder auf Retromani-Semmen-Proil ist ein charmantes Bündner Bergdorf. Und mit einem schönen alten Dorfkern und den braunbränten Holzhäuser und nicht zu vergessen mit imposanten Bregelser-Hörnern ist natürlich allein schon diese Kulisse einzigartig. Und wenn Sie einmal in Bregels angekommen sind, brauchen Sie kein Auto mehr. Denn es ist alles zentral gelegen und gut zu Fuss erreichbar. Bregels ist ein echter Geheimtipp. Und seit Dezember 2015 gibt es da jetzt ganz neues Pradas Resort. Ein 3-Stein-Superior-Resort mit gesamthaft 83 modern gestalteten Ferienwohnungen. Die stillvoll eingerichteten 1,5, 2,5, 3,5 oder sogar 4,5-Zimmerwohnungen sind ideal für Ferien in den Bergen. Das Pradas Resort ist mit einem familienfreundlichen Hallenbad und mit einer Saunalandschaft ausgestattet. Und für die Kleinen gibt es den Kids Club, der mit viel Liebe erstellt wurde. Die Schneesportschule und die Bergbahnen Bregels-Waltensburg an die Ast befinden sich direkt beim Resort. Geniessen Sie da die wunderbare Bergwelt. Und lassen Sie den Tag gemütlich im Wellnessbereich und mit einem feinen Essen ausklingen. Oder gehen Sie im Intersport Pradas schauen und lassen Sie sich inspirieren. Das Pradas Resort in Bregels freut sich auf Ihren Besuch. Sie werden begeistert sein von den herzlichen und gastfreundlichen Bündnern.